oder ist das eine 19 dort das könnte auch sein ich habe mich schon den 15 wartet mal, probieren wir das mal aus bitte nochmal zurück ich glaube ich habe es warum das hier nicht funktioniert weiß ich auch nicht habe ich die minus vergessen ah ok zeig mal mach mal bitte daraus auch eine 9 und ich sehe wasser ich sehe land ich sehe blumen aber ich sehe nicht unsere ecke aber vielleicht ist das ja hier ganz in der nähe wie gesagt wir gucken nur wir machen hier nichts wir suchen unser flower biome das wir natürlich an den vielen flowern erkennen und ja ich hoffe dass das hier irgendwo ist ja schon mal das ist doch das ist ein guter anfang so einen schneeberg hatten wir auch in der nähe hier stehen allerdings kühe rum das könnte schon wieder negativ sein kann das sein dass das einer der berge ist über die wir letzte mal drüber gewandert sind nee oder schade dass ich die folgen noch nicht gerendert habe sonst würde ich jetzt genau nachgucken können wo wir da waren aber hier in der nähe scheint es auch nicht zu sein die blumen hätten wir auf jeden fall mitgenommen das weiß ich das ist unsere pferde die wir da gestern gefunden haben in der nähe des npc dorfes gucken wir mal da müssen hier gleich npc spawn das könnte sein ja ich glaube ich erinnere mich kürbisse die hätten wir doch mitgenommen ne also da kann man mir erzählen was man will das ist hier neue welt dort sind war auch falsch also 19 ne das war schon richtig minus 14 9 1 4 63 minus 16 9 4 2 das verstört mich jetzt so ein bisschen nochmal mit den anderen koordinaten abgleichen die hier drin gespeichert sind 15 ah oh ich glaube ich habe es ich bin doch nicht blöd ich habe nur ein vorzeichen vertauscht so da sind wir wieder das boot das boot das boot das boot das kommt natürlich hier hin wenn ich wüsste wie es ausgesehen hat hier allerdings doch das minus davor so dann ist der teleporter befehl auch nicht kaputt so 14 fertig ach das ist auch so ein unding sondergleichen dass man die dinger man muss server admin sein und man muss auch noch im creative mode sein so 1 2 3 für die spitze 3 und 2 ok machen wir mal hier an 1 2 3 gibt mal ein bisschen was davon her nicht allzu viel und das ist eichenholz da ist die fichte dann haben wir noch weniger so 1 2 3 1 2 3 so dann war das glaube ich 1 hoch oder ja jetzt bin ich mir ja unschlüssig ist das jetzt hier ein halbstein ne gut so also 2 hoch und dann dort ein runter ok so dort kommt dann der kommando block rein wenn ich mich nicht täusche so jetzt brauche ich die crafting box jetzt brauche ich dringend halbsteine so ups der kann natürlich weg dort so verschwenderisch sind wir dann heute doch nicht drauf dann 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 brauchen wir hier glaube ich die stämme rein ach egal so dort kommt der kommando block rein das heißt hier kommt dann das steuerding sie drauf und jetzt nochmal bitte zurück hier haben wir den einstieg überall sonst kommt dann halbstein ganzer stein halbstein ganzer stein halbstein ganzer stein ok damit kann ich auch zurecht ah wir haben keine fackeln haben wir auch keine kohle dabei so ein misterbauch ah so ah unser heißluftballon aber dadurch ist es jetzt wirklich schneller geworden und dadurch dass ich die kantenglättung ausgeschaltet habe sind die kanten gleich viel glatter geworden ähähähm da hat mojang noch einiges zu tun na das lasse ich jetzt kein besoffenen style um die uhrzeit dann bin ich jetzt dort lang gelaufen wenn ich genau weiß dass naja so fackeln so was da sonst noch drin ist das ganze zeug das holen wir dann später auch die ganzen angebrochenen halb angefangenen ganz verdaddelten äh werkzeuge die werden auch noch alle mitkommen erstmal werden wir jetzt die gegend dort noch etwas mehr erkunden nachdem wir uns dort ein häuschen hingesetzt haben und vielleicht finden wir ja wirklich noch äh einen potstool dingen oder ein lehmbiom dann machen wir dort einen auf hightech aber erstmal haben wir jetzt ja eine lange aufnahme erkundung und sammeln hinter uns das heißt diese aufnahme wird dann wieder etwas we we erst mal so eins zwei hier halbstein ganzer stein genau halbstein halbstein ganz 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 halbstein so ich glaube das ist richtig bitte noch einmal zurück zwei drei der nee das ist falsch die spitze ach ja hier haben wir einen teleporter ja die spitze die ist ein zu kurz wenn ihr mich äh nehm ich fragt nehm ich nicht so so wie hoch war nochmal der Mast eins zwei dann drei und dann wie viel ist das hier drei oder eins zwei drei also zwei Mast drei Mast eins zwei ups eins zwei Mast Mast und eins zack 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 und zack so ups es muss ja wirklich ha genauso aussehen damit es wirklich den Effekt hat den wir haben wollen wollen ist das hier auch schon mal drin tp add p r gleich zwei minus vier vier sechzig minus zwei zwei drei ne gehen wir da weg äh gehen mit zehn das ist auch schön den gibt es leider nicht dann kann man das hier dran pappen dann merken wir uns die Koordinaten auf denen wir jetzt stehen das ist vierzehn neun eins neun 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 sechzig sechzehn neun vier fünf naja schreib es vernünftig dann kannst du es hinterher auch lesen so ich habe eine Sauklaue ich hätte Medizin studieren sollen aber ich kann kein Blut sehen also von der Schrift her bin ich der geborene Arzt neun fünf testen nicht ganz da fehlt ja auch eine vier hier das ist so der erste Schritt was haben wir hier falsch gemacht vierzehn neun vierzehn ah ach mh okay naja kann passieren dort dann bitte noch eine vier raus so dann müssen wir auch nicht mehr in den creative mode rein so dann fangen wir mal hier an eins zwei drei vier hoch ist das jetzt hellgrau oder ist das weiß hellgrau okay sollte vielleicht eine etwas größere range nehmen hellgrau hier hellgrau hier hellgrau hier zack zack so 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 weit ist da dann geht's hier das ist glaube ich jetzt der kranz der kommt oder ja auch vier hoch und vorne dann nochmal jeweils drei dran okay zack 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 das jetzt noch schnell hochbauen oder erstmal da die da die Wolle rauskratzen so 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 so